Die Kaioshins, auch bekannt als Götter der Schöpfung, spielen eine zentrale Rolle im Gleichgewicht des Dragon Ball Universums, indem sie das Leben fördern, erhalten und überwachen. Anders als die Götter der Zerstörung wie Beerus, deren Aufgabe darin besteht, unnötige oder stagnierende Welten und Zivilisationen zu vernichten, stehen die Kaioshins für das Prinzip der Schöpfung und des Lebens. Sie schaffen Lebensräume, unterstützen die Evolution von Spezies und fördern das Gute in ihren zugewiesenen Universen. Diese dualistische Ordnung sorgt dafür, dass das Universum dynamisch und ausgeglichen bleibt und nicht in eine Einseitigkeit verfällt, die das kosmische Gleichgewicht stören würde. Die Kaioshins sind nicht nur mächtige Wesen, sondern auch eine eigene göttliche Spezies, die von einer mystischen Abstammung geprägt ist. Die Entstehung eines Kaioshins ist ein seltenes und feierliches Ereignis, das durch die Geburt aus einer goldenen Frucht auf dem Planeten Kaiju erfolgt. Diese Früchte entstehen nur selten und zufällig, was die Kaioshins zu einer raren und wertvollen Art innerhalb des Kosmos macht. Der Planet Kaiju selbst ist ein heiliger Ort und wird als Ursprungspunkt göttlicher Energie verehrt. Nur Wesen von reinem Herzen und starker geistiger Veranlagung haben die Möglichkeit, aus einer solchen Frucht hervorzutreten. Diese Art der Geburt unterstreicht die besondere spirituelle Reinheit und das göttliche Potenzial der Kaioshins, die mit tiefgründigen Verantwortlichkeiten ausgestattet werden. Obwohl ihre Macht beeindruckend ist, verfügen sie über andere Kräfte und Verantwortungen als die Götter der Zerstörung. Shin ist ein hervorragendes Beispiel für die Komplexität und Tiefe eines Kaioshins. Er ist, verglichen mit den Göttern der Zerstörung wie Byrus oder den Engeln wie Wiz, nicht so kampferprobt oder physisch überlegen. Doch er besitzt Fähigkeiten und eine mentale Stärke, die ihn in seinem Verantwortungsbereich zu einer unverzichtbaren Autorität machen. Es geht bei den Kaioshins also weniger um rohe Gewalt, sondern um eine Form von kosmischem Wissen und geistiger Macht, die ihnen erlaubt, ihr Universum zu lenken und zu beschützen. Eine der hervorstehendsten Eigenschaften der Kaioshins ist ihre mentale Präsenz. Diese überträgt sich in Form von telekinetischen Fähigkeiten, mit denen sie das materielle Umfeld beeinflussen können. Kaioshins besitzen die Fähigkeit, Objekte ohne physischen Kontakt zu bewegen und zu manipulieren. Diese Telekinese ermöglicht es ihnen nicht nur, einfache Gegenstände zu kontrollieren, sondern auch komplexe Interaktionen mit ihrem Umfeld zu gestalten. Ein Kaioshin kann beispielsweise Gegner aus der Ferne beeinflussen oder Waffen kontrollieren, ohne diese berühren zu müssen. Im Kampf zeigt sich die Telekinese als taktische Überlegenheit, da sie Distanz und Hindernisse überwindet und dem Kaioshin die Kontrolle über das Geschehen aus der Ferne ermöglicht. Ein faszinierendes Beispiel für die Kraft der Kaioshins in diesem Bereich ist Zamasu, ein ehemaliger Kaioshin, der seine telekinetischen Fähigkeiten auf innovative und mächtige Weise nutzte. Er konnte Objekte in der Luft schweben lassen, sie als Waffe einsetzen und seine Feinde mit diesen kontrollierten Gegenständen angreifen. Darüber hinaus war Zamasu in der Lage, dimensionale Portale zu öffnen, die ihm erlaubten, aus der Distanz zu kämpfen, indem er seine Angriffe durch diese Portale lenkte. Diese Technik verlieh ihm eine einzigartige Vielseitigkeit im Kampf und ermöglichte es ihm, Feinde zu überraschen und ihre Bewegungen vorherzusehen. Durch das Öffnen dieser Portale konnte Zamasu sogar Schläge ausführen, ohne sich in der unmittelbaren Nähe seines Gegners aufzuhalten. Diese Portaltechnik wurde später im Manga vertieft, als Zamasu sie in einem Kampf gegen Vegetto einsetzte. Vegetto war zu Beginn ihres Kampfes überlegener. Doch durch seine dimensionale Technik gelang es Zamasu, einige von Vegettos Attacken zu entgehen und gleichzeitig Gegenangriffe zu starten. Später, in einem weiteren epischen Kampf gegen Goku, setzte Zamasu diese Fähigkeit erneut ein und bewies, wie mächtig diese Teleportationsfähigkeiten tatsächlich sein können. Diese Kampftechniken, die den Raum und die Zeit manipulieren, verleihen dem Anwender eine Art omnipräsente Kontrolle über das Schlachtfeld und eine taktische Überlegenheit, die sowohl in defensiven als auch offensiven Situationen hilfreich ist. Die Kaioshins sind jedoch nicht nur auf Telekinese beschränkt, sondern besitzen auch außergewöhnliche geistige Kräfte. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit, Gedanken zu lesen und in die Emotionen und Gedankenwelten anderer Lebewesen einzutauchen. Diese Fähigkeit erlaubt es ihnen, die wahren Intentionen und Gefühle derjenigen, mit denen sie in Kontakt kommen, zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Es ermöglicht ihnen, schnell und präzise die moralische Ausrichtung eines Wesens zu erfassen und zu beurteilen, ob es in das Gleichgewicht des Universums passt oder eine Bedrohung darstellt. Eine weitere faszinierende Eigenschaft der Kaioshins ist ihre Fähigkeit, auf subtilste Weise in die Gedanken und Emotionen anderer einzugreifen. Sie können Empathie empfinden und auf eine Art kommunizieren, die es ihnen ermöglicht, Gedankenimpulse zu senden, ohne dass das Gegenüber dies bewusst wahrnimmt. In manchen Fällen können sie sogar die Wahrnehmung eines anderen Wesens beeinflussen, was ihnen hilft, Wesen zu lenken, ohne physische Gewalt anzuwenden. Diese Fähigkeiten sind besonders nützlich, wenn die Kaioshins Entscheidungen treffen müssen, die das Schicksal ganzer Planeten und Zivilisationen beeinflussen. Ihr tiefes Verständnis von Moral, Ethik und kosmischen Prinzipien erlaubt es ihnen, Situationen umfassend zu analysieren und das bestmögliche Ergebnis für das Gleichgewicht des Universums zu erzielen. In der Welt der Kaioshins existiert die Vorstellung, dass eine tiefe Verbindung zwischen Geist und Körper zu einer stärkeren Existenzform führen kann. Diese Idee ist eng mit dem Konzept des Ultra Instinct verbunden, einer Technik, die es Wesen ermöglicht, Körper und Geist nahtlos zu synchronisieren. Während Ultra Instinct hauptsächlich als Technik der Engel und hochrangigen Götter bekannt ist, beruht es auf einer ähnlichen Philosophie wie die der Kaioshins. Es geht darum, den Körper ohne das bewusste Eingreifen des Geistes handeln zu lassen, sodass Reaktionen schneller und präziser werden. Ein Kaioshin, der diese Harmonie erreicht, ist in der Lage, seine Kräfte auf eine Weise einzusetzen, die sowohl seine mentale als auch physische Präsenz stärkt. Im Gegensatz zu den meisten Wesen, die entweder auf rohe Gewalt oder taktische Überlegenheit angewiesen sind, streben die Kaioshins nach einer Form der Erleuchtung, bei der Körper und Geist vereint agieren. Diese Philosophie ist ein Leitprinzip der Kaioshins, das sich auch in ihrer Mission widerspiegelt, das Universum in Balance zu halten und Leben zu fördern, ohne es durch destruktive Mittel zu beeinträchtigen. Sie sehen sich als Bewahrer des Lebens und der Schöpfung, was bedeutet, dass sie Konflikte vermeiden und harmonische Lösungen finden wollen. Wenn sie jedoch gezwungen sind zu kämpfen, tun sie dies mit einer Anmut und Finesse, die auf ihrer mentalen und spirituellen Stärke beruht. Die Kaioshins tragen eine Last und Verantwortung, die weit über ihre außergewöhnlichen Kräfte hinausgeht. Sie fungieren als Hüter des Guten und als Bewahrer des kosmischen Gleichgewichts. In einer Welt, in der Macht oft mit Dominanz und Zerstörung gleichgesetzt wird, bieten die Kaioshins eine alternative Vision. Sie verkörpern die Überzeugung, dass wahre Stärke nicht nur in der Fähigkeit liegt, zu zerstören, sondern auch in der Kunst, Leben zu fördern, zu schützen und das Gute zu bewahren. Ihre Telekinese, ihre mentalen Kräfte und ihre Fähigkeit, den Raum zu manipulieren, sind nur Werkzeuge, die sie einsetzen, um ihrer Mission gerecht zu werden. Die Kaioshins sind weit mehr als nur mächtige Götter in einem Universum voller Krieger, Engel und Zerstörer. Sie repräsentieren das Konzept der Schöpfung und des Lebens und stehen für eine Art von Macht, die nicht auf physische Stärke oder rohe Gewalt angewiesen ist, sondern auf geistige Weisheit, innere Harmonie und tiefe Verantwortung. Die Kaioshins stehen stellvertretend für die Vorstellung, dass wahre Macht nicht darin liegt, Welten zu beherrschen oder Gegner zu vernichten, sondern darin, Leben zu fördern, Balance zu schaffen und das Gute zu bewahren. Ihre Fähigkeiten, sei es die Telekinese, das Gedankenlesen oder das Öffnen dimensionaler Portale, sind nicht nur Instrumente im Kampf, sondern Symbole ihrer Rolle als Hüter des Gleichgewichts im Universum. Und das ist im Grunde genommen so ziemlich alles, was ihr über die Kaioshins wissen müsst. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Liked bitte dieses Video und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um zukünftig keine Videos zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020